Das ist eine gute Idee. Ich höre es in dem Bild. Ich höre es doch schon. Hippie Yeah! Hippie Yeah! Kraball und Reppie Deppie! Wir kommen am 1.7. zum Hippie Yeah Festival nach Leipzig. Mit dem Film man spricht man eigentlich nicht. Und wir freuen uns. Erzähl mal, was alles abgeht. Wir sind dabei. Viele andere auch, wie zum Beispiel. Genau. Und wir sind dabei. Wir freuen uns ganz tolle. 1.7. Hippie Yeah Festival Leipzig. Auf bald. Ciao.